Ich weiß natürlich, ich weiß ganz genau, was jetzt kommen wird. Jetzt schreiben uns wieder ganz viele enttäuschte Menschen aus Sachsen-Anhalt, ihr Dörfen, Westklone, ihr habt doch keine Ahnung. Ich weiß natürlich privat sehr genau, im Osten gibt es auch schöne Ecken. Mit tollen Sehenswürdigkeiten, wirklich. Dieser Bahndamm, der 25 Meter und ein halber Meter hoch ist, ist der höchste Bahndamm auf der ganzen Strecke von Berlin bis nach Breslau. Auch heute noch. Ja, leck mich doch, Herr Marsch! Da buche ich meinen Jahresurlaub, du! Das schreibe ich mir sofort auf. Höchster Bahndamm bis Breslau. Cool. Ja, wir lachen, niedrige Wahlbeteiligung ist...